Hi, ich bin Linda. Und ich bin Fritz und wir zeigen Ihnen heute gemeinsam mit ein paar Kolleginnen, was Sie hier im Schokoversum bei einer Schokotour alles erleben können. Mein Name ist Jana Göbel und ich bin bei uns im Schokoversum verantwortlich für die exklusiven Gruppenbuchungen. Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine E-Mail und ich erstelle Ihnen dann gerne ein unverbindliches Angebot. An Ihrem Besuchstag bringen Sie Ihre Bestätigung gerne mit und geben Sie an der Tageskasse ab. Dort treffen Sie mich. Ich bin Linda und als Teil des Ticketing-Teams nehme ich Ihre Reservierung entgegen. Von mir bekommen Sie alle wichtigen Infos für den Start der Schokotour. Na dann kann es ja losgehen. Bei uns ist jede Schokotour unterschiedlich, denn wir haben um die 40 Guides im Team, die alle ihre schokoladigen Lieblingsthemen haben und eigene Schwerpunkte setzen. Eins bleibt natürlich konstant, es wird in einer Natur genascht. Dann planen Sie uns doch gerne bei Ihrem nächsten Hamburg-Trip ein. Wir freuen uns auf Sie!